was geht ab was geht heute herzlich willkommen ein neues szenario video und wir sind in der kampagne mittlerweile bei 26 angelangt und gucken mal was hier abgeht ist mein team hier wieder rein funzen ich konnte 25 40 nur mit einem leih hero schaffen und das auch nur ganz knapp auch vergessen aufzunehmen dann weil ich eigentlich auch gar nicht damit gerechnet habe dass ich es geschafft habe und dann war es so lucky dass ich es einfach mitnehmen musste so sieht es aus dass ich jetzt ein bisschen dadurch weiterkommen kann weil 25 40 mit den beiden benson das war echt ein extrem starkes level und schwierig das level war schon mal gut für uns was ich mir gedacht habe dass wir jetzt vielleicht ein bisschen wieder weiter kommen können nämlich ziemlich hartstack war 25 40 mal gucken das sieht auch schon ja zumindest alles nicht komplett easy auch kaum schaden hier die duzen ein bisschen was gemacht hier das ist aber auch benson alleine hier richtig mit vesca zusammen eskaliert angucken ja rein bringen uns hier ziemlich was das ist auch noch so ein ekliger drache der diesen weglaufen vor dem harrykern nein du sollst nicht wieder zum harrykern laufen von diesem kind dass die immer wieder da reinlaufen dass sie dann nicht die befehle einfach weiter so es ist ein bisschen komisch die steuerung mit dem laufen ihr versteht wahrscheinlich was ich meine kommt noch ordentlich was rein これ ist ein bisschen wie der sache hat 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 Okay. Ich hoffe, wir kriegen das Viech dahin schnell genug tot, bevor er seine Dinger spawnt. Das kommt sogar. Wenn er seine Dinger spawnt, ist das sehr eklig. Oh, das war doch cool. Ah ja, eben so viel Stunnen wie möglich. Aber eben wie möglich. Wir ignorieren den Ernst noch ein bisschen da unten. Jetzt setzt er seinen Schuss an. Jetzt müssen wir schnell da inzwischen laufen. Dann machen wir das auch. Das ist die Kraft der Technologie. Schnell weg mit ihr. Das war sehr knapp für Beskar. Das war sehr knapp für Beskar. Ja, wir machen immer schneller. Der hält jetzt einfach noch eine Weine durch. Das ist einfach... Am Ende hasse ich immer, wenn da noch so ein Tank steht, der einfach nur noch abtankt. Das ist das Merkigste von allem. Aber fall doch endlich um, ey. Ganz im Ernst. Tu dir selber. Wir fallen auf Fallon. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Wir sind marchigste von Cholera. Wir sind die Technologie. Das war's für heute. Und da haben wir wieder das übrige Prozedere, nerviger Tank steht. Oh, der steht jetzt nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Das ist ja nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Oh, die Stage sieht böse aus. Die Stage sieht fast böse aus. Ah, jetzt fehlt die Shuri schon. Das ist nicht gut. Oh, der ist ja nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Der ist ja nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Der ist ja nicht so lang. Oh, der ist ja nicht so lang. Ich muss ja nicht so lang mit dem Tank wegmachen. Ich wollte den Tank wegmachen. jetzt eine einzige karte die mythisch ist bin ich nicht mächtig leute ich habe eine mythische karte und ihr so die ist sogar von natalie und die benutze ich oder okay natalie dadurch block terror von hinten Ah, das ist gut. Egal. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nice, das haben wir auch erledigt. Es dauert immer so lange Kampagne zu spielen. Wir sind schon wieder ein ewig langes Video. Auf jeden Fall bei Stage 20 wieder einen Cut machen. Das ist doch viel zu lange. Ach, das spawnt einfach im Benz noch rein. Den ignorieren wir einfach erstmal komplett. Ich denke wir haben hier ordentlich Probleme. Ah, das war knapp, aber es hat gereicht, es war arschknapp. Ah, das war richtig knapp mit Benson. Oh, ein Terror-Teufels-Hund hier reingekommen. Das geht gut hier in der Stage. Ah, sehr gut. Was sind das denn hier, eine Troll-Stage oder was? Einfach Hardcore-Stage. Was soll bitte diese Stage mir sagen? Ganz ehrlich Leute, was soll mir diese Stage sagen? Also, hier will einer das Game doch einfach auch komplett nur trollen, oder? Das ist einfach, what the fuck, Alter. Einfach mal mittendrin, hauen wir einfach mal in Kapitel 26 eine absolute Troll-Stage rein, haben sie sich gedacht. Warum auch nicht? Oh, das Ding hat sich noch komplett selber weggesprengt. So, die Stage versuchen wir noch und dann machen wir erstmal einen Cut. Ja, hier schauen wir wieder Benson. Kommt noch eine Skate rein, da hinten kommt auch noch was rein, habe ich gesehen, oder? Ja. Boah, was ist das hier schon wieder für eine Stage, ey. Weiß ich noch nicht, was ich hier verhalten soll. Jetzt kommt mein RIP wieder her. Das sieht auf jeden Fall schwierig aus. Die Grenzen ist zu stark, da machen wir es schlecht. Oh, nee, Mann. Ey, da habe ich eigentlich gerade gar keinen Bock mehr hier rumzuschwitzen gerade. Weil mir die Kampagne ungefähr auch nichts bringt. Ich brauche scheiß Heldenstaub und den kriegt man hier eh nicht. Daher langweilt mich Kampagne so richtig, ey. Ist halt einfach so unnütziger Content, der einfach gar nichts bringt gerade. Ja, ein komplettes Chaos hier gerade. Keine Ahnung, ob das jetzt hier gerade besser aussieht für uns oder schlechter. Ich denke, der hat gerade gesagt, ich denke ein bisschen besser, aber das war nicht der Fall. Vor allem sind wir komplett geregelt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser aussieht, aber gefühlt ja, aber... Don't judge me. Alter, der tötet mein Ding jetzt halt komplett weg. Oh, Mann, ey. Ne, Leute, ich mache jetzt hier erstmal Ende. Ich habe gar keinen Bock auf die Sache gerade, muss ich sagen. Ähm, wir sind gut weitergekommen. Ey, das stresst mich jetzt. Ich habe gar keinen Bock. Es ist 22.58 Uhr. Ich habe keine Lust mehr. Ja, Leute, lasst den Daumen nach oben da und ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Innaier Legends Videos. In dem Sinne, Peace. Weiter. Allecena сыren Zähne. Peace. Odumachen こと Aus